So, das ist jetzt eigentlich wie mit Drop-Up-Botter, nur dass man es halt mit dem Zahnstocher rüberschiebt. Kann man wenigstens ein wenig so sein Mischverhältnis auch zählen. Natürlich habe ich jetzt wieder nicht die Düse gewechselt. Ihr wisst ja, ich bin faul. Das sieht auch schon ganz gut aus. Fangen wir mal am Runderboden an hier, beziehungsweise machen wir gleich mal da die Laufrollen. So, jetzt ist das. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Puh, ein Nebel hier. Ah, grüß dich Norman. Äh, ja, Antriebszahnregler, logisch. Ähm, auf diese Frage werde ich jetzt nicht antworten in Zeit. Ja, genau so komme ich zu meiner Bräune. Das ist nämlich eine Fangfrage. Also vor zwei Wochen habe ich drei Bausätze an einem Wochenende gebaut. Na, nur so zur Information. Und ich finde, Aerv-Club muss man immer kaufen, wenn man so kriegt. Weil manchmal kriegt man die Zeit, wenn man nicht, finde ich. Also hätte ich zumindest, kommt mir so vor. Und deswegen habe ich es auch gekauft. Ach ja, in zwei Wochen habe ich ordentlich Sommerurlaub. Ich überlege, ob ich da mal Sinn teilen fahre. Das Museum. Aber der Preis hat mich ein bisschen geschockt. Das ist jetzt auch richtig teuer geworden. Ich versuche schon den anderen. Ich versuche schon den Tiger-Fanboy. Ja, gut, weil ich jetzt einen gekauft habe. Einen einzigen. Michi, ungebauten Tiger hast du noch daheim? Ich versuche schon den Tiger-Fanboy. Das ist gut rein. Ähm, mach halt, zähl halt beides zusammen und äh, schreib jeweils wieviel von welchen. Sagen wir mal Tiger und seine Abarten. Weil der Jagdtiger ist ja auch noch daheim, hast du gesagt, ne? Und wenn keine Farbe mehr in der Lackierpistole ist, da kommt auch nichts mehr, ne? Dann sagt er immer, ich hab zu viel, ich hab ähm, ich hab immer zu viele Modelle daheim. Oder nein, da hat er elf Tiger daheim liegen. Und wahrscheinlich auch nicht die schlechten Tiger, ne? Ja, Panda hab ich jetzt, ich weiß nicht, wenn die Bossholt kommen, dann hab ich wieder acht Stück. Okay. 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 Okay.